Wenn man sich unserem heutigen Thema von der Landkarte aus nähert, stellt man relativ schnell fest, dass es von Hessen nach Frankreich gar nicht so weit ist. Genauer gesagt liegt Hessen sogar mitten in Frankreich. Und damit herzlich willkommen bei Hestory. Dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser. Und ich bin Felix Burkhardt. Und wir dürfen euch dieses Mal zu einer Folge nicht nur mit hessischem, sondern auch ein wenig internationalem Flair begrüßen. Denn heute sprechen wir über die lange und wechselvolle Verbindung Hessens zu Frankreich und den Franzosen. In diesem Sinne also, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous trouver pour un nouvel épisode de Hestory. Exakt. Ja, wir sagen also Gude und Salut und freuen uns, dass ihr mit uns einmal mehr den Blick über den Bämbelrand wagt. Genauer gesagt über den Rhein nach Westen. Denn auch wenn es einiges gibt, was Hessen und Frankreich zu trennen scheint. Rheinland-Pfalz und das Saarland zum Beispiel. Gibt es doch auch erstaunlich viele Berührungs- und Verbindungspunkte, die sich mit den Jahrhunderten ergeben haben. Von der Sprache, dem Essen, über die Kultur insgesamt bis hin zum Recht und dem Zusammenwachsen Europas, wie wir es heute kennen. Also Felix, los geht's. Wenn man sich unserem heutigen Thema von der Landkarte aus nähert, stellt man relativ schnell fest, dass es von Hessen nach Frankreich gar nicht so weit ist. Genauer gesagt liegt Hessen sogar mitten in Frankreich. Äh, Momente, Momente, Felix. Also da kriegen ja die ZuhörerInnen jetzt aber geografische Schnappatmung und das zu Recht. Ich gebe zu, wenn man es so sagt, ist es etwas irreführend. Natürlich liegt unser heutiges Bundesland nicht in Frankreich. Aber es gibt eben tatsächlich doch ein Hessen in Frankreich, das wir euch nicht vorenthalten wollten. Genauer gesagt ein Dörfchen mit dem Namen Hessen in Lothringen, beziehungsweise auf Französisch S. Also wie das hessische Hesse, nur an S ausgesprochen. Richtig und geringfügig kleiner. In S leben nur ungefähr 560 Menschen. Aber darüber soll es heute natürlich nicht schwerpunktmäßig gehen. Das Einzige, was wir uns auf jeden Fall merken können, die Aussprache von Bundesland und Dorf sind auf Französisch dieselbe, nämlich S. S, also. Ja, das ist doch auch schon mal ganz gut zu wissen. Und zumindest auf dem Papier sind sich Französisch und Hessisch in dem Punkt also irgendwie einig. Aber wir sind ja zunächst mal ein Geschichts- und nur hin und wieder ein Linguistik-Podcast. Und deswegen wollen wir jetzt mal den Blick zurück in die Zeit werfen und erkunden, wie nahe sich Hessen und Frankreich darüber hinaus sind und waren, wenn man von kleineren Ortschaften in Lothringen absieht. Auch wenn es schwerfällt, einen Startpunkt für die hessisch-französischen Verbindungen zu setzen, gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten, die ins Auge fallen. Schon zur römischer Zeit gehörten Frankreich, damals in Gestalt verschiedener gallischer Provinzen, und Teile Hessens, wir erinnern uns an die Ratten, zu einem zusammenhängenden Staatsgebilde. Zu dieser Zeit gab es zwar jeweils gewisse Einflüsse durch und auf die römische Besatzungsmacht, die Verbindung der gallischen und germanischen Stämme untereinander war jedoch vermutlich recht begrenzt. Eine Verbindung im engeren Sinne gab es also noch nicht. Spannender wird es eigentlich erst einige hundert Jahre nach der Hochphase des römischen Einflusses, nämlich zur Zeit der Franken, deren Reich in den einen oder anderen Formen vom 5. bis zum 9. Jahrhundert bestand. Hier kann man zwar immer noch sagen, dass viele Menschen, in aller Regel Bauern, kaum Gelegenheit hatten, aus dem eigenen Dorf bzw. dem unmittelbaren Umkreis herauszukommen und wohl nur die wenigsten tatsächlich von Hessen nach Frankreich reisen konnten oder umgekehrt. Allerdings sieht man ab dieser Zeit, dass sich verschiedene Einflüsse in beiden Regionen und darüber hinaus durchsetzen. Dazu zählen etwa der christliche Glaube und seine Manifestierung in Kloster- und Kirchengebäuden. Daneben das Lehnswesen, also grob gesagt ein System, das zwischen Grundherren und von ihnen Abhängigen, in den allermeisten Fällen Bauern, unterscheidet, die gegen Abgaben das Land der Lehnsherren bewirtschaften dürfen oder vielmehr müssen. Und dann gab es eben das verbindende Element, einem einzigen Herrscher untertan zu sein, zuletzt König Karl dem Großen. Und welchen bleibenden Eindruck die Franken hinterlassen haben, zeigt sich natürlich besonders plastisch in Orts- oder sogar Landesnamen wie Frankfurt oder auch Frankreich, die sich beide auf die fränkische Zeit beziehen. Und so gingen die Menschen sowohl in Frankreich als auch in Hessen Stück für Stück in die Feudalgesellschaft des europäischen Mittelalters über. Zwar oft mit denselben Problemen, aber noch nicht wirklich mit einer echten Verbindung zueinander. Felix, wie wir jetzt schon festgestellt haben, finden gerade die sogenannten einfachen Leute in Frankreich und Hessen bis ins Mittelalter oft grob vergleichbare Bedingungen ihres alltäglichen Lebens vor. Auch hier ist es wieder schwer, da ein Datum dran zu hängen, aber es bietet sich sicher an, mal darauf zu schauen, ab wann wir überhaupt von Hessen und Frankreich in dem Sinne sprechen können, beziehungsweise wann erste Fundamente für das heutige Hessen und Frankreich gelegt werden. Nach all den Vorentwicklungen, die wir gerade betrachtet haben, blicken wir mal in die Jahre 1180 und 1247. Den ganz treuen History-Hörern kommt Letzteres vielleicht vertraut vor. Ja, 1247 war bekanntermaßen das Jahr, in dem Sophie von Brabant ihren Sohn Heinrich das Kind zum Landgrafen von Hessen ausrief. Damit war ein erster Schritt für ein hessisches Staatsgefüge und in gewisser Weise für eine eigenständige hessische Identität getan. Und 1180? Und 1180, also knapp 70 Jahre zuvor, haben wir in Frankreich die Situation, dass zum ersten Mal ein Herrscher den Titel König von Frankreich führt, nämlich Philipp II. August. Wir sehen also sowohl in Hessen als auch in Frankreich in einem, ja, recht kurzen Abstand jeweils zum ersten Mal den Anspruch über dieses bestimmte Gebiet und diese bestimmte Gesellschaft zu herrschen. Von hier aus kann man vielleicht etwas direkter über Hessen, Frankreich und hessisch-französische Beziehungen sprechen. Trotzdem dauert es von hier aus ja noch eine ganze Weile, bis man wirklich dauerhaft Kontakt miteinander hat. Denn so eine Herrschaft bewirkt ja aus sich selbst heraus erstmal nichts. Ganz genau, deswegen kommt die Verbindung in den nächsten Jahrhunderten wortwörtlich vor allem auf drei Wegen zustande. Über Handelsbeziehungen, Kriege und Flüchtlingsbewegungen. Dann schauen wir uns die doch mal etwas genauer an. Hessen zum Beispiel lag ja seit jeher für die Wirtschaft sehr günstig gelegen und es führten gleich mehrere bedeutende Fernstraßen mitten hindurch. Zu nennen wären da ab 1252 die Via Regia sowie die Langen Hessen und die Kurzen Hessen. Gerade beim Handel von Ost nach West und umgekehrt kann man so ab dem Mittelalter quasi nicht mehr an Hessen vorbei. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Hessen auch in andere Handelsnetze eingebunden war. Korbach etwa war und ist Hansestadt. Damit kann sich beispielsweise Paris nicht schmücken. Genau, hier haben wir also zum Glück einen ziemlich friedlichen Austausch, der vielleicht nicht die einfache Bevölkerung, aber doch gewisse gesellschaftliche Gruppen und Waren von A nach B brachte. Denn zum Beispiel die Via Regia verbannt direkt französisches und hessisches Gebiet. Die anderen beiden Komponenten wollen wir aber auch nicht aus den Augen verlieren. Es kommt im Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwar zu einigen militärischen Auseinandersetzungen, die Hessen und Frankreich fordern. Besonders verworren wird es aber zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, der bekanntermaßen von 1618 bis 1648 dauerte. Da haben wir nun die Situation, dass die Landkraftschaft schon wieder in Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel geteilt ist. Und weil wir in letzter Zeit viel über Ersteres gesprochen haben, wenden wir uns in diesem Fall mal Letzterem zu. Hessen-Kassel war seit der Zeit Philips des Großmütigen protestantisch bzw. kalvinistisch gewesen und somit ein Vorreiter der Reformation. Völlig anders sah es dagegen in Frankreich aus, das zum ganz überwiegenden Teil katholisch war. Als Anfang des 17. Jahrhunderts der Konflikt ausbrach. Alle Einzelheiten des Dreißigjährigen Krieges wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht ausbreiten. Aber es bleibt festzuhalten, dass er vor allem aus Macht- und religionspolitischen Fragen geführt wurde. Indem sich Staatsgebilde unterschiedlicher Konfessionen zunächst mal feindlich gesinnt waren. So eben auch Frankreich einerseits und Hessen-Kassel andererseits. Nach dem Eintritt des protestantischen Schweden in den Konflikt verbündete es sich ab 1630 mit verschiedenen deutschen Herrschaften, so eben auch Hessen-Kassel. Diese Allianz zerbrach allerdings nach wenigen Jahren, als das Militärbündnis unter Druck geriet. Und in Nordhessen suchte man rasch woanders sein Glück. 1639 schloss Amalie Elisabeth, die für ihren minderjährigen Sohn regierte, ein Abkommen mit Frankreich, das die Landgrafschaft schützen sollte. Und tatsächlich gingen sowohl Frankreich als auch die hessischen Lande zwar schwer gebeutelt aus dem Dreißigjährigen Krieg hervor. Er brachte aber auch die Erkenntnis, dass strategische Bündnisse immer wichtiger wurden in Kriegs- wie in Friedenszeiten und dass es nun zunehmend darum ging, seinen Platz im europäischen Gefüge zu finden. Jetzt sind wir also bis 1648 gekommen. Anders gesagt bis zum sogenannten Westfälischen Frieden, der Europa eine neue Ordnung geben soll. Bekanntermaßen war der Kontinent damit aber, auch wenn wir die Errungenschaften nicht vergessen wollen, nicht auf Dauer und nicht in jeder Hinsicht befriedet. Die Konfessionsgrenzen und Gegensätze zum Beispiel fielen ja nicht einfach weg. Richtig. Und auch wenn sozusagen nach außen die Waffen an den Fronten erstmal schwiegen, gab es so manche Konflikte, die unter der Oberfläche weiter brodelten. In Frankreich etwa, in dem der Katholizismus Staatsreligion war, gab es seit Mitte des 16. Jahrhunderts eine kleine, aber nicht unbedeutende protestantische Minderheit, nämlich die Huguenotten. Die Frage war aber, wie mit ihnen umgehen? Nach zahlreichen Auseinandersetzungen genossen die Huguenotten eine Zeit lang durch das königliche Edikt von Nantes von 1598 weitestgehend dieselben Rechte wie ihre katholischen Mitbürger, womit vorläufig die sogenannten Huguenottenkriege beendet wurden. Als jedoch Ludwig XIV. an die Macht kam, gerieten die protestantischen Franzosen nur wenige Jahre später erneut unter Druck. Die religiöse Toleranz fand ihr Ende schließlich darin, dass Ludwig 1685 das Edikt von Nantes wieder aufhob und zwar mit dem Edikt von Felix Fontainebleau. Wunderbar, das hätte ich besser nicht aussprechen können. Ja, aber warum erzählen wir das alles? Ab diesem Zeitpunkt kamen Deutschland und auch Hessen wieder ins Spiel. Das Ende der religiösen Toleranz in Frankreich sorgte für eine Welle, tragischerweise muss man sagen, von Verfolgungen und Vertreibungen, die auch eine massive Fluchtbewegung nach Osten auslöste. Man schätzt, dass in einem Zeitraum von knapp 50 Jahren zwischen 150.000 und 200.000 Huguenotten Frankreich verließen. Viele in Richtung Schweiz, Brandenburg-Preußen oder Niederlande. Einige kamen aber eben auch nach Hessen. Jedenfalls in die Territorien, die heute Hessen bilden. Schon 1597 ist eine hugenottische Ansiedlung in Hanau belegt. Auch in und um Offenbach herum lassen sie sich im 17. Jahrhundert nieder. Die heutige Stadt Neu-Isenburg beispielsweise ist ebenfalls eine hugenottische Gründung. Die Huguenotten sind also gekommen, um zu bleiben und gewinnen in Hessen nach und nach an Einfluss, mit Auswirkungen bis heute. Dabei sind nicht nur die Stadt- und Siedlungsgründungen zu nennen, sondern vor allem die Auswirkungen auf die Sprache, genauer gesagt die hessischen Dialekte. Alex, bist du bereit für ein paar Spontanübersetzungen? Keine Sorge, alles sollte dir und den Zuhörenden grob bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür bereit bin. Ich werde mal mein Bestes versuchen, mal dann mal los. Sehr schön. Gehsteig und Geldbeutel. Gehsteig und Geldbeutel. Gehsteig, Trotte-Wahr, wie der Hesse sagt, oder? Doch, doch, sag mal. Und Geldbeutel, Portemonnaie. Regenschirm und Sofa. Ähm, wie heißt es nochmal, Paraplü und Chaiselon. Genau. Und weiter, höhere Gesellschaft und Gesindel. Ähm, höhere Gesellschaft. Was meinst du denn mit die Bosch-Varcy, oder? Nee, ich dachte jetzt eher an die Haute-Volée. Die Haute-Volée, ach so, ja. Oder wie man sagt, die Haude-Volaud. Die Haude-Volaud und Gesindel, jetzt muss ich aber überlegen. Nee, das fällt mir jetzt auch nicht ein. Bagage. Die Bagage. Ja, wunderbar. Hab ich gedacht, menge ich mal ein. Sehr schön. Und zuletzt stellt sich die Frage, wie man zumindest im Südhessischen den schönen Namen Georg ausspricht. Das kann ich aber ganz selbstbewusst beantworten. Das ist der Schorsch. Sehr schön. Aber mal Spaß beiseite. Was sich an all diesen Beispielen zeigt, ist der Einfluss des Französischen auf die hessische Mundart. Sowohl was das Vokabular betrifft, als auch die Aussprache an sich. Ein markantes Beispiel für Letzteres ist etwa der charakteristische Unterschied zwischen hartem und weichem SCH, das wir aus dem hessischen kennen wie dem französischen. Denken wir zum Beispiel an den Namen Jules. Exakt. Oder die Stadt Aschaffenburg auf hessisch. Aschbäsch. Sehr schön. Diese Galizismen, also französischen Lehnwörter und neuen Aussprache-Varianten, kommen zum ersten Mal mit den Hugenotten ins Land, werden aber mit der Zeit natürlich noch verfeinert. Bis hin zu dir, Alex. Merci beaucoup. Der Rien. Ja, jetzt habe mir einiges dazu gehört, welche Spuren die Hugenotten insbesondere bei uns in Hessen hinterlassen haben. Felix, da fällt mir gerade sogar noch was ein, was du noch nicht genannt hast. Und zwar haben die Hugenotten unter anderem auch Märchen mitgebracht. Fällt dir eins ein, was die Hugenotten mitgebracht haben? Ähm, ich bilde mir ein, also es gibt auf jeden Fall von Rotkäppchen verschiedene Versionen, eine deutsche und eine französische Version, die zum Teil auch wirklich abweichen voneinander. Ja, aber ich meine tatsächlich was anderes. Das halte ich für ein Hugenotten-Tisches Märchen. Das kann sein, das entzieht sich jetzt tatsächlich meiner Kenntnis, aber ich will auf ein Spezielles hinaus, von dem ich mir ganz sicher bin. Das haben die Brüder Grimm aufgeschrieben, aber haben es, also die haben ja immer die Märchen gehört von Menschen, haben das aufgeschnappt und aufgeschrieben und dieses eine Märchen, habe sie. Also wenn ich jetzt raten müsste, Frau Holle? Auch nicht, nee. Nee. Also wüsste ich jetzt auch nicht. Es hat mit einem Tier zu tun, der Protagonist ist ein Tier. Gott, ach Gott, das sind glaube ich 50 Prozent der Brüder Grimmel. Und er hatte nur noch Schuhe an. Der gestiefelte Kater. Ganz genau, ja, das ist ein hugenotisches Märchen. Ach. Ja, der gestiefelte Kater. Wahnsinn. Das stimmt nicht selbst. Ja, aber das sind nicht die einzigen Spuren. Wie heißt das denn auf Französisch, Alex? Kannst du uns das jetzt sagen? Leider nicht. Okay. Nein, das ist nicht so schlimm. Kannst du es uns sagen? Du bist doch hier der Französische. Ich tatsächlich nicht. Auf Englisch könnte ich dir sagen, aber Französisch nicht. Ja gut, dann wird das vielleicht, vielleicht können Wissende bereichen das nach. Ja, bereichen es nach oder vielleicht gibt es die ein oder andere Sprachnachricht, die wir jetzt nach dieser Folge haben. Aber Felix, um wieder zu den Spuren zurückzukommen, die die Hugenotten hinterlassen haben. Denn gerade auch hier bei uns um die Ecke, wir haben ja schon über ein paar hugenottische Städte oder Siedlungen gesprochen, aber da will ich nochmal auf eine genau raus. Denn wo heute die Stadt Friedrichsdorf liegt, also hier im Taunus, im Hochtaunuskreis, war vor den Hugenotten im Grunde nix. Also Feld, Wald, Wiese. Landgraf Friedrich II. von Hessen-Homburg, der mit seiner Mini-Landgrafschaft durchaus ein wenig an Minderwertigkeitskomplexen litt, sah in den Hugenotten eine großartige Möglichkeit, sich ein paar Menschen in die Landgrafschaft zu holen, die die, sagen wir mal, karge homburgische Wirtschaft etwas auf Vordermann bringen sollte. Also da die Hugenotten in ihrer Heimat vielfach Handwerker gewesen waren, war das auch ein durchaus nachvollziehbarer Plan. Friedrichsdorf bestand zunächst aus wenigen Holzhütten, entwickelte sich aber mit der Zeit zu einer kleinen florierenden Stadt, einer französischen Exklave, wo lange Zeit nur Franzosen leben durften. Bevor es auf unserer Zeitreise durch die hessisch-französische Geschichte weitergeht, haben wir euch also noch eine kleine Anekdote aus dieser Zeit mitgebracht, die sich tatsächlich so oder zumindest so ähnlich zugetragen hat und auch ein bisschen bis in die heutige Zeit nachwirkt. Wir wünschen viel Freude und hören mal rein. Entrez, entrez! Bonjour, mesdames et messieurs. C'est la peine de me présenter. Je suis Antoine Privat, Fabricateur de Friedrichsdorf. Oh, pardon, Sie verstehen mich nicht richtig? Nun, mein Name ist Antoine Privat und ich bin Strumpf Weber aus Friedrichsdorf. Ich freue mich, dass Sie mich heute besuchen und etwas über die Geschichte meiner Familie erfahren möchten. Viele andere Menschen haben genau eine solche Geschichte erlebt. Aber wie Sie sicherlich gemerkt haben, komme ich ursprünglich nicht von hier. Ich komme aus Frankreich. Sie fragen sich nun sicher, wie ich hierher gekommen bin in die Landgrafschaft Essen-Homburg. Und ich will es Ihnen erzählen. Ich war noch ein junger Knabe, als meine Mutter unter dem sehr beliebenden königlichen Soldaten, den Dragonern, umgekommen ist. Mein Vater wurde unterdessen festgenommen und ins Verlies geworfen. Dort stellte man ihn vor eine Wahl. Er sollte seinen Glauben widerrufen und katholisch werden oder sterben. Sie ahnen es schon. Wir waren und sind Ugenotten. Protestanten würden Sie ihr sagen. Von heute auf morgen waren wir im Grunde ohne Mutter und ohne Vater. Mit wir meine ich mich, meine Brüder und meine neuen Schwestern. Wir Kinder wurden von den Dragonern aus dem Haus unserer Eltern vertrieben. Wir waren also nicht nur ohne Eltern, sondern auch ohne ein Dach über dem Kopf. In diesen Tagen irrten wir in der Gegend um Meer über Felder und durch Wälder und wussten nicht wohin. Wir bettelten um das Nötigste. Eines Abends kauerten wir uns zum Schutz an einem Turm. Als Ältester musste ich meine Geschwister trösten. Sie wollten so sehr zu Mama und Papa. Aber genau in diesem Turm saß unser Vater im Verlies. Welch eine Fügung. Der Herrgott hatte uns zusammengeführt. Er hatte unsere Weglagen erhört und so konnte unser Vater Abschied von uns nehmen. Er warf uns sein Ziegelstück und eine Goldmünze in ein Taschentuch, gewickelt zu und rief uns zu, Meine Kinder, flieht aus Frankreich. Folgt der Richtung zum Polarstern. Es gibt dort Prinzen, die euch aufnehmen werden. Geht, der Herr wird euch führen. Vier Monate wanderten wir durch die Wälder, wie einst Abraham in das gelobte Land, das Gott uns zeigen würde. Keine sechs Franc hatten wir für diese Reise und der Unger begleitete uns die ganze Zeit. Die Tage zogen nur so ins Land. Und das sprachen damals wir noch nicht. Keiner auf der Wache verstand uns und erst als man einen Pfarrer aus Offenbach holte, der angeblich alle Sprachen sprach, merkten sie, dass wir französische Ungenottenkinder waren und er sprach französisch und wir waren glücklich und wir konnten erzählen und erzählen. Und der Pastor brach in Tränen aus und sagte uns, wir seien in dem Land angekommen, wo der Herr uns eine neue Heimat geben würde. Meine neun Schwestern wurden in den äußeren reichen Frankfurter Bürger aufgenommen und mein Bruder und ich gingen in das Pfarrhaus nach Offenbach. Er fragte uns, was wir gelernt haben und da haben wir ihm erklärt, dass unser Vater Strümpffabrikant gewesen war. Der Pfarrer schlug uns dann vor, selbst Webstühle zu bauen und Strümpfe zu webern. Eines Tages machte ich mich auf und startete eine Rundreise durch die Umgebung, um Strümpfe zu verkaufen. Das Geschäft lief gut, denn die Landbevölkerung in den deutschen Landen trug, damals kaum Strümpfe, weil es nur wenige Strümpfeweber gab. Ich hatte schon einige Meilen und Dörfer hinter mir, da erreichte ich eine kleine Ortschaft. Wieder rief ich, Strümpfe kauf, Strümpfe kauf und eine Frau erwiderte, wie viel die Strümpfe. Und als ich hier einen Preis nannte, sagte sie zu ihrem Mann, C'est la ne pas cher. Das war Französisch. Sie sagte auf Französisch, dass es nicht teuer sei und so fragte ich, wie sie sprechen Französisch. Und sie auch? Ich war in Friedrichsdorf gelandet, ein Dorf, das sich die ugenotischen Flüchtlinge hier im Landstrich bauen durften, um in Frieden leben zu können. Und hier habe ich mich mit meinen Geschwistern niedergelassen. Ich habe eine Strümpfeweberei gegründet und mein Bruder Abraham wurde später sogar Bürgermeister von Friedrichsdorf. Das war jetzt eine lange Geschichte. Aber so ein Leben erzählt sich nicht so schnell, besonders wenn es so wechselvoll ist wie ein Ugenottenleben. Aber nun, meine Damen und Herren, ich muss noch einmal in meine kleine Fabrik. Ich empfehle mich. Ja, lieber Felix, nun kommen wir also langsam im 18. Jahrhundert an, nachdem wir diese Geschichte hinter uns gebracht haben. Und die Beziehungen zwischen Hessen und Frankreich haben sich auf verschiedene Weisen etabliert. Nicht nur offiziell zwischen den Staaten, sondern auch inoffiziell zwischen den Menschen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie ist es um Hessen, Frankreich und ihre Verbindungen in der turbulenten Zeit ab der Französischen Revolution bestellt? Die Französische Revolution von 1789 ist ja schon ihrem Wesen nach eine radikale Umwälzung. In Frankreich bringt man natürlich vor allem den Sturm auf die Bastille, die Absetzung und spätere Hinrichtung des Königs. Das Direktorium, die Republikanisierung und die allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte mit der Revolution in Verbindung. Auch wenn das jetzt nur ganz grob ausgeleuchtet ist, versteht sich. Das Stichwort, das uns aber gewissermaßen wieder über den Rhein von Frankreich nach Hessen führt, heißt Revolutionsexport. Genau, denn in den verschiedenen Teilen Europas, vor allem in den an Frankreich angrenzenden Gebieten, entstehen ab 1792 sogenannte Tochterrepubliken, beziehungsweise auf Französisch eher Schwesterrepubliken, nämlich die, lieber Felix, Republique, Sir. Das hätte ich wiederum nicht besser aussprechen können. Dies geschieht teilweise durch das freiwillige Aufgreifen der revolutionären Ideen durch die Bevölkerung selbst, die sich das Gebaren so manches Monarchen einfach nicht mehr bieten lassen möchte. Zum Teil ist aber auch eine direkte militärische Intervention der jungen französischen Republik dafür verantwortlich. Jedenfalls entsteht im Rhein-Hessischen eine Art Staat nach revolutionär-französischem Vorbild, die sogenannte Mainzer Republik. Natürlich nicht aus dem Nichts, sondern nach einer Reihe rasch aufeinander folgender Ereignisse. Zunächst muss man wissen, dass sich gegen die Französische Republik rasch eine militärische Koalition vieler Staaten gebildet hatte, deren treibende Motivation die Verhinderung des Überschwappens der Revolution auf ihr eigenes Territorium und die Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich waren. Dieser Koalition gehörten unter anderem die Großmächte Preußen und Österreich, aber z.B. auch Hessen-Kassel an. Franzosen und Hessen stehen sich also einmal mehr auf dem Schlachtfeld gegenüber. Allerdings drängen die Franzosen die Koalitionstruppen zurück und erobern und besetzen zahlreiche Gebiete östlich ihrer eigenen Staatsgrenzen, so auch weite Teile Rhein-Hessens. Der Mainzer Kurfürst und sein Gefolge verlassen überhastet die Stadt Mainz. Durch das teils eigenmächtige Handeln des französischen Generals Küstin gelangen die Franzosen überraschenderweise und eigentlich ohne richtige Gegenwehr bis nach Frankfurt. Unter französischer Protektion und auch einem gewissen Druck werden vor allem links des Rheins die Ideen der Revolution diskutiert und verfestigt. Mit diesen Entwicklungen beginnt in Rheinhessen und in weiten Teilen Deutschlands nach und nach das, was man später als Franzosenzeit bezeichnen wird. Aber es sind eben nicht nur die Franzosen selber, die ab jetzt die Politik und den Diskurs bestimmen. Es sind vor allem auch die Menschen vor Ort, die die neue Zeit, eine neue Zeit vorantreiben wollen. Einige der führenden Köpfe jener Tage sind Andreas Josef Hofmann, Georg Forster und Friedrich Georg Pape. Alex, du hast dich ja viel mit der Mainzer Republik beschäftigt und dazu geforscht. Kannst du vielleicht mal kurz nachzeichnen, was unter anderem diese drei so bedeutsam macht? Ja, also da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die der frühen Franzosenzeit in Deutschland gewissermaßen ihren Stempel aufdrücken. Die drei genannten sind aber sicherlich dabei. Wichtig ist, dass die zu einer Gruppe gehören, die man auch als deutsche Jakobiner bezeichnen wird. Dabei handelt es sich um eine politische, sagen wir mal, Vereinigung, die sehr tiefgreifende Änderungen in der Gesellschaft fordert. Unter anderem die Abschaffung der Monarchie und die volle Demokratisierung. Diese Vereinigungen, auch Clubs genannt, bilden einen der Vorläufer späterer Parteien. Solche Jakobiner-Clubs entstehen in kürzester Zeit nicht nur in Mainz, sondern auch zum Beispiel in Speyer und Worms. In weiten Teilen auch des ländlichen Rheinhessens werden im Fahrtwind der französischen Revolution Forderungen nach Veränderung laut. Das Besondere an den Jakobinern in der Mainzer Republik ist nun aber, dass sie eine entscheidende Rolle beim Aufbau dieses jungen Staates einnehmen sollen. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Ganz praktisch. Eine Demokratie, also eine Volksherrschaft, stützt sich ja zunächst mal auf Wahlen und Abstimmungen. Das heißt, dass die Jakobiner mithilfe der französischen Besatzer, die sind also immer im Rücken, und weiterer Kräfte vor Ort Wahlen vorbereiten. Die Menschen in der zugründenden Republik sollen sich aktiv an der Staatsbildung beteiligen. Dafür versuchen die Jakobiner ganz aktiv die Menschen für ihre Sache zu gewinnen. Durch Zeitungen, durch Vorträge, aber auch mit Hilfe von Festivitäten und unzähligen Symbolen. Selbst an kleinsten Orten wird fleißig herumpolitisiert. Im Grunde herrscht hier erstmals so etwas wie Meinungsfreiheit. In fast jedem Ort werden Freiheitsbäume aufgestellt, die an Kerbebäume erinnern, und auch Freiheitsfeste gefeiert. Die so ein bisschen auch Anne Kerb dann auch erinnert haben. Doch nicht alle sind für die revolutionären Ideen zu begeistern. Insbesondere Menschen, die den alten Eliten treu ergeben sind oder von ihnen profitiert haben. Beispielsweise diverse Staatsbeamte oder auch Handwerker, denen die zahlungskräftige Kundschaft weggebrochen ist. Solche Menschen begehren gegen das Streben der Jakobiner und der Franzosen auf. Die Wahlen unter dem Schutz der Franzosen werden dann letztlich unter einem Zwang abgehalten, einen Eid zu schwören. Auch werden Oppositionelle der Stadt verwiesen. Und, und, und. Also alles in allem ist das damalige Vorgehen sehr ambivalent und durchaus diskussionswürdig und würde natürlich heutigen demokratischen Maßstäben nicht gerecht werden. Die wir ja aber in der Demokratiegeschichte nicht eins zu eins anlegen sollten. In jedem Fall kann man trefflich darüber diskutieren, inwiefern die Wahlen zum Beispiel gleich, frei und allgemein waren. Und dennoch. Am 17. März 1793 tritt schließlich in Mainz der frei gewählte mit Sternchen Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent zusammen. Er erlässt noch im selben Monat ein Dekret, in dem das Gebiet und die Ziele des neu aufzubauenden Staates umrissen werden, der sich offiziell Rheinisch-Deutscher Freistaat nennt. Alex, wärst du so gut uns aus dem Anfang des Dekrets einmal vorzutragen? Aber sicher doch. Artikel 1 Der ganze Strich Landes von Landau bis Bingen, welcher Deputierte zu diesem Konvente schickt, soll von jetzt an einen freien, unabhängigen, unzertrennlichen Staat ausmachen, der gemeinschaftlichen, auf Freiheit und Gleichheit gegründeten Gesetzen gehorcht. Und Artikel 2 Der einzige rechtmäßige Souverän dieses Staates, nämlich das freie Volk, erklärt durch die Stimme seiner Stellvertreter allen Zusammenhang mit dem deutschen Kaiser und Reiche für aufgehoben. Der revolutionäre, also grundlegend veränderte Charakter des Gesellschaftsansatzes zeigt sich hier ziemlich plastisch. Herausheben wollen wir an dieser Stelle aber im Besonderen mal zweierlei, nämlich das Bekenntnis zur Volksherrschaft und die erklärte Loslösung von der Oberhoheit des Deutschen Reichsverbandes. Also zwei Dinge, die es in der Form vorher nicht gegeben hatte. Die republikanischen Teile Hessens und Frankreichs sind sich also so nah wie noch nie zuvor, jedenfalls auf dem Papier. Und Andreas Josef Hofmann, von dem gerade eben schon die Rede war, wird als Vorsitzender des Konvents gewissermaßen zum Staatsoberhaupt der Republik. Aber allzu lange dauert die Herrlichkeit dann nicht an. Denn obwohl man im März erst mit den Regierungsgeschäften begonnen hatte, wenn man das überhaupt zu nennen darf, entsendet der Konvent schon kurze Zeit später eine Delegation nach Paris, um die Eingliederung der Mainzer Republik in den französischen Staatsverband zu beantragen. Hier ist unter anderem der schon genannte Georg Forster mit im Spiel. Das Ziel der führenden Persönlichkeiten in Mainz ist also nicht die Errichtung eines nach allen Seiten hin unabhängigen beziehungsweise autarken Staates, sondern vielmehr eine republikanische Gesellschaftsordnung auf deutschem Boden unter dem Schutz des großen Nachbarn Frankreich. Denn alleine, das ist den ZeitgenossInnen klar, ist dieser kleine freie Staat nicht überlebensfähig. Die Ereignisse überholen dann aber schließlich die meisten der schönen Überlegungen. Schon ab dem Frühjahr waren preußische Truppen in die französisch besetzten Gebiete vorgedrungen, schließlich belagern sie Mainz. Ohne die Protektion der Franzosen können die Revolutionäre ihre Macht nicht halten. Am 22. Juli 1793, also nur gut vier Monate nach ihrer Gründung, kapituliert die Stadt und mit ihr die kurzlebige Republik. Einige ihrer Persönlichkeiten können sich absetzen, andere werden verfolgt, wie zum Beispiel Friedrich Georg Pape, der, wir erinnern uns, ebenfalls schon zum Mainzer Jakobiner-Club gehört hatte. Nicht wenige landen in Festungshaft in der Festung Königstein. Die Verbrüderung von Franzosen und Hessen, jedenfalls den links des Rheins, erhält also einen kräftigen Dämpfer. Vorerst. Zunächst mal sind die Franzosen 1793 also wieder zurückgeschlagen, jedenfalls militärisch gesehen. Eigentlich war das ja aber bisher erst das Vorgeplänkel für die großen Veränderungen, die noch kommen sollen. Schon 1794 wendet sich das Blatt nämlich wieder und die französischen Truppen etablieren sich erneut am linken Rheinufer. Hierdurch beginnt eine ziemlich genau 20-jährige durchgängige Besatzung dieses Gebiets. Zunächst unter der Herrschaft der Französischen Republik, dann unter der von Napoleons Kaiserreich. Die linksrheinischen Gebiete werden dieses Mal aber Stück für Stück in den Staatsapparat selbst eingegliedert. Auf dem linksrheinisch-hessischen Gebiet entstehen die Departements, die uns jetzt kurz Felix vortragen wird Montonnerre, also auf Deutsch Donnersberg und Rhin et Moselle, also Rhein und Mosel. Tja, Felix, du kriegst mich nicht zum Französisch schwätzen. Rechtseitig wiederum entsteht der Rheinbund, dessen Mitglieder zwar nicht direkt zu Frankreich gehören, aber stark von ihm beeinflusst werden. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Gerade die napoleonische Zeit bringt also eine Menge Veränderungen, was das Gefüge der europäischen Staaten zueinander betrifft, allein, wenn man an die vielen Kriege und Feldzüge denkt. Aber wir wollen vor allem einmal einen Blick auf die Innenpolitik werfen. Mit den 20 Jahren des französischen Einflusses in Hessen und weiten Teilen Deutschlands verfestigt sich nämlich auch das, was man heute vielleicht Softpower nennen würde. Es wird zunehmend schick, französisch zu sprechen oder zumindest französisches Vokabular zu benutzen. Die Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen wird zumindest in gewissen Teilen erheblich gesteigert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass auch hier selbstverständlich nicht alles im Einvernehmen und ohne Zwang vonstatten geht. Als ein Beispiel sei vielleicht genannt, dass die Gebiete unter direkter oder indirekter französischer Herrschaft immer wieder Soldaten für die napoleonischen Feldzüge abstellen müssen und so natürlich auch viele Hessen den imperialen Plänen des Kaiserreichs zum Opfer fallen. Wie so oft liegen also Licht und Schatten sehr nah beieinander zu dieser Zeit. Und dann gibt es da beispielsweise noch das Rechtssystem, das wir nicht vergessen wollen. Das Rechtssystem, das Rechtssystem, da sehe ich doch am Horizont eine neue Ausgabe von Rechtsgeschichte mit Burkhardt. Felix, was haben wir denn heute in der Rechtsgeschichte zu bieten? Ganz konkret eingesetzt, das heute noch in Frankreich Gültigkeit hat und auch in Hessen ehemals eine große Bedeutung hatte. Den Code Civil, auch Code Napoleon genannt. Wie der Name andeutet, wurde dieses Gesetzbuch, das sich auf das Zivilrecht bezieht, maßgeblich von Napoleon initiiert. Es ist insofern äußerst bedeutsam, als dass hierin vergleichsweise sehr moderne Regelungen stehen, beispielsweise zum Abschluss von Verträgen, dem Erwerb von Eigentun, dem Erb- und Familienrecht, zu prozessualen Fragen und zur Rechtsfähigkeit von Personen insgesamt. Das war 1804, als der Code Civil in Kraft trat, ein wirklich großer Wurf. Erstens, weil man eben zum Teil völlig überkommene alte Regeln zum Teil aus dem römischen Recht oder aus dem Gewohnheitsrecht überarbeitete und andererseits, weil man das französische Rechtssystem vereinheitlichte. Es galt also jetzt im gesamten französischen Kaiserreich ein einheitliches bürgerliches Recht und die Menschen konnten sich viel stärker als früher darauf verlassen, wo sie im Recht waren und wo nicht. Kann man das so sagen? Ganz sicher, denn ein großer Vorteil war, wie der Name auch schon sagt, kurz Civil, die Kodifizierung des Rechts, also seine Niederlegung, seine geschriebene Niederlegung in Artikeln und Paragrafen. Das klingt erstmal ziemlich banal, man muss aber dazu sagen, dass ein ganz erheblicher Teil des vorigen Rechtssystems in Frankreich und auch in weiten Teilen Deutschlands und Europas darauf beruhte, dass frühere Urteile von Gerichten beziehungsweise ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht herangezogen Leipsel aus dem römischen und anderen Rechtsstrukturen, um Streitigkeiten zu lösen, was natürlich zu einer erheblichen Uneinheitlichkeit und Rechtsunsicherheit führen kann. 1815 kommt die napoleonische Herrschaft in Hessen und Deutschland ja dann zu einem Ende, da werden wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Der Wiener Kongress tagt und tanzt, das alte Europa von vor der französischen Revolution soll wieder hergestellt werden. Was passiert denn aber dann mit dem Code Civil? Nun ja, der Code Civil ist so ein Kassenschlager gewissermaßen, dass er die französische Herrschaft, die Befreiungskriege und auch die anschließende Restauration überdauert. Der Code Civil bleibt fast überall links des Rheins geltendes Recht. Seine Freiheiten gehen als rheinische Institutionen in die Geschichte ein. Und diese halten sich selbst über die März-Revolution und die deutsche Reichsgründung hinaus. Erst knapp 100 Jahre nach seinem Inkrafttreten wird der Code Civil abgelöst, nämlich durch das BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Januar 1900, das heute noch geltendes Recht in Deutschland ist und in vielen Teilen stark vom Code Civil profitiert hat. Bis 1900 galten auf hessischem Gebiet und sogar innerhalb Hessen Darmstadt parallel zwei verschiedene Rechtsordnungen. Das sogenannte Gemeine Recht und das Recht des Code Civil. Man sieht also, so eine Gesetzesreform ist nicht immer besonders sexy, aber sie kann einen langen Atem haben. Und das dachte sich übrigens schon der Kaiser der Franzosen höchst selbst. Er sagte über den Code Civil seinen Code Napoleon Zitat Ende. Alex, du sprachst eben von Licht und Schatten. Die deutsch-französische Geschichte könnte man eigentlich besser nicht auf den Punkt bringen. Und mit der napoleonischen Besatzungszeit wächst natürlich auch bei vielen Menschen die Ablehnung gegenüber der Fremdherrschaft. Die sogenannten Befreiungskriege von der napoleonischen Besatzung finden in großen Teilen der Bevölkerung der deutschen Staaten Unterstützung. Im Grunde ist diese Auseinandersetzung ein regelrechter Boost für die deutsche Nationalbewegung, die in der Gegnerschaft zu Frankreich einen gemeinsamen Nährboden findet. Nicht nur viele Soldaten ziehen gegen Frankreich ins Feld, zahlreiche Freiwillige, so zum Beispiel die frühe Turnerbewegung, schließen sich dem Kampf gegen das Empir Francais an, darunter natürlich zahlreiche Hessinnen. Ja, tatsächlich kämpften darunter auch einige Frauen, die sich allerdings im Gegensatz zur späteren Revolution von 1848 in den Befreiungskriegen noch als Männer verkleiden mussten. So viel nur als kleine Info für zwischendurch. Nachdem wir uns jetzt in der letzten Folge der Mitte des 19. Jahrhunderts in Hessen schon sehr ausführlich gewidmet haben und dem Vormärz und 1848 wollen wir heute an dieser Stelle nur ein paar Schlaglichter auf diese Zeit und die darauf folgenden 100 Jahre werfen. Zwischen Frankreich und Deutschland das ab 1871 in einem Reich unter preußischer Vorherrschaft geeint ist entsteht zunehmend eine Animosität die zum Teil als Erbfeindschaft tituliert wird. Die spezifisch hessisch-französischen Beziehungen geraten zumindest auf staatlicher Ebene zunehmend in den Hintergrund. 1870 71 also im deutsch-französischen Krieg kämpfen Hessen wie schon zuvor in den sogenannten Befreiungskriegen gegen Napoleon gegen die französische Armee. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg stehen sich die Streitkräfte erneut gegenüber mit hohem Blutzoll auf beiden Seiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch wendet sich das Blatt und zwar zum Guten. Deutschland und Frankreich beginnen nach Jahrhunderten der erbitterten Feindschaft einen Aussöhnungsprozess. Endlich greift die Einsicht um sich, dass man in Europa nur zu dauerhaftem Frieden und Fortschritt finden kann, wenn die beiden Staaten und ihre Bevölkerungen miteinander nicht gegeneinander arbeiten. So werden schließlich aus zunächst zarten Verbindungen immer festere Bande. Deutschland und Frankreich gehören zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ein Vorläufer der heutigen EU ist. Bilateral festigt man die Beziehung unter anderem mit dem sogenannten Élysée-Vertrag und durch zahlreiche Städtepartnerschaften sowie ein deutsch-französisches Jugendwerk. Und Hessen hat heute tatsächlich auch eine eigene Partnerregion in Frankreich nämlich Nouvelle Aquitaine. Und für alle die jetzt natürlich zu Recht sagen ein Moment das ist aber jetzt ein sehr schnell Erritt gerade nach 1945 tut sich ja noch mal eine ganze Menge da können wir an dieser Stelle nur sagen was sagen wir da genau das sagen wir da und auf die Jahre unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg die Besatzungszeit in Hessen die Teilung des Gebiets in mehrere Bundesländer und die Auswirkungen bis heute wollen wir auch bei Hestory selbstverständlich noch mal zu sprechen kommen allerdings nicht heute sondern ein anderes Mal in einer anderen Form da werden wir sehen schauen wir mal was wird was wird Ja lieber Felix in dieser Folge war es ja dein inhärenter Wunsch mich mit der französischen Sprache zu piesacken erst einmal herzlichen Dank dafür dass ich heute auch ganz öffentlich zeigen konnte wie wenig ich dieser Sprache mächtig bin von Herzen gerne Hast du denn vielleicht jenseits dieser Nettigkeit auch noch ein paar nette weiterführende Hinweise wo sich geneigte ZuhörerInnen weiter über das Thema der hessisch französischen Vergangenheit informieren können Ja können wir jetzt nicht alles aufzählen aber speziell zum Thema der Franzosenzeit und der Befreiungskriege kann ich eine Publikation der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main wärmstens empfehlen sie trägt den Titel Krieg und Freiheit und ist im Internet kostenlos zugänglich des weiteren möchte ich nicht unerwähnt lassen dass du Alex ganz maßgeblich an einer kleinen Veröffentlichung und nicht unbedeutenden Veröffentlichung mit dem Schwerpunkt der Mainzer Republik beteiligt warst und sogar Mitherausgeber bist würdest du uns da nochmal den Titel nennen Also danke für den Hinweis du Schleimer ja also die Bergzaberner und die Mainzer Republik die ersten demokratischen Gehversuche Deutschlands heißt das kleine Blättchen aber hier durften meine Kolleginnen und ich uns ja letztlich sehr auf die Vorarbeiten diverser toller HistorikerInnen stützen und ein paar der besten Werke nehmen wir natürlich auch mit in unsere Literaturliste auf die ihr wie immer in den Shownotes findet Dann vielleicht noch einen kleinen Ausflugstipp in diesem Zuge wieder einmal keine bezahlte Werbung wie übrigens für auch die anderen Werke die wir gerade genannt haben genau Ausrufungszeichen das Philipp Reißhaus in Friedrichsdorf ist eines von mehreren Museen in Hessen das sich der hugenottischen Geschichte unseres Bundeslandes näher annimmt also auch einen Besuch wert ganz genau die haben nämlich gerade auch ihre Ausstellung überarbeitet und glaube im letzten Jahr neu eröffnet und in diesem Zuge möchte ich gemacht hat also da auch nochmal einen großen Dank das wirkt bis heute nach und wie immer am Ende der Hinweis Bild Material zur Folge gibt es auf Instagram wo ihr uns unter at history unterstrich podcast findet hier könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben oder auch per Mail an kontakt at history .de oder das Kontakt Formular auf unserer Website history.de Und natürlich könnt ihr uns auf den Plattformen auf denen ihr uns lauscht auch bewerten am besten gut das wäre schön vielen Dank und es hilft uns sehr Ja das was Felix sagt Ja da bleibt uns nicht mehr zu sagen als bleibt schön gesund prenez soin de vous restez en bonne santé restez en bonne santé c'est ça au revoir et salut tschüss